Wir haben beim Meta den nächsten Datenskandal, um genau zu sein, auf der Plattform Facebook. Dort wurde jetzt ein Streitwert von 725 Millionen in einer Sammelklage erstritten und wir schauen einfach mal direkt rein. Ihr wisst bereits Bescheid, alle Quellen sind immer unten dementsprechend verlinkt, da könnt ihr nochmal alles im Detail nachlesen. Meta zahlt wegen Facebook Streit 725 Millionen Dollar. Ja, ich muss aber auch dazu sagen, da sind jetzt 725 Millionen Dollar für diese Firmengröße, für das Unternehmen, für das Kapital, was sie haben. Das ist im Endeffekt genauso, wenn du in Deutschland 20 kmh zu schnell fährst oder so, du musst 30, 40 Euro Strafe zahlen. Das ist nichts, das ist eine Lappalie, da ist wahrscheinlich der Lerneffekt auch nicht so gegeben. Beim US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 gibt Facebook die Daten seiner Nutzer weiter, illegalerweise. Nun muss der Mutterkonzern ein weiteres Mal dafür tief in die Tasche greifen, eine Sammelklage von Nutzern ist erfolgreich. Das ist doch schon mal gut, aber geht auch nur in den USA, denke ich. In einem Rechtsstreit wegen der Weitergabe privater Daten an Dritte hat der Facebook-Mutterkonzern Meta sich zur Zahlung von 725 Millionen Dollar bereit erklärt, um den Streit beizulegen. Ich würde sagen, da sind die nochmal recht günstig davon gekommen. Es handele sich um den größten jemals in der Datenschutz-Sammelklage erreichten Betrag und die größte Summe, die Facebook je gezahlt habe, um eine private Sammelklage beizulegen, erklärten die Anwälte der Kläger. Aber ich sehe das in der Relation zu einem Unternehmen und wenn Meta insgesamt ehrlicher wäre, dann hätten die auch gar nicht so krass diese ganzen Daten-Skandal-Geschichten an der Backe. Dann wäre das gar nicht so. Man muss überlegen, um das ein bisschen aus deren Sichtweise zu sehen. Das Unternehmen stellt uns sozusagen als User kostenlos eine Plattform zur Verfügung. Wir können so viel Daten teilweise hochladen, wie wir wollen. Wir müssen nichts dafür zahlen, etc. Und deren Geschäft sind einfach die Daten. Mit den Daten können die dann die Werbeeinnahmen sozusagen besser individueller platzieren. Und natürlich sammeln die auch Daten und geben die eventuell weiter. Und das ist da eben dann passiert. Und wie es aussieht, hat das Gericht so entschieden, dass dem nicht rechten zwar. Der Beginn des Rechtsstreits geht auf das Jahr 2018 zurück. Facebook-Nutzer hatten Klage gegen das Online-Netzwerk wegen Verletzung der Regeln zum Schutz der Privatsphäre eingereicht. Weil Facebook persönliche Nutzerdaten an Cambridge Analytica und andere weitergegeben hatte. Also nicht nur an ein was, sondern an mehreren. Ich erkläre euch auch mal direkt, was dieses Cambridge Analytica ist. Cambridge Analytica war ein 2014 von der britischen SEL Group gegründetes Datenanalyseunternehmen, das im Mai 2018 Insolvenz anmeldete. Das ist sehr interessant, habe ich auch nicht gewusst, vielleicht infolge des Facebook-Skandals. Wer weiß. Es hatte seinen Hauptsitz in New York und sammelte und analysierte im großen Stil Daten der potenziellen Wähler mit dem Ziel, durch individuell zugeschnittene Botschaften das Wählerverhalten zu beeinflussen. Aha, 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 aha. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Und wer sich ein bisschen mit US-Wahlen auskennt, hat jetzt vielleicht den Roger Stone im Sinn. Moment, ich mache es mal so, dass ihr ihn besser sehen könnt. Ja, genau, dieser Typ hier. Er war auch mit im Watergate-Skandal damals bei Richard Nixon sozusagen mit involviert und wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er da auch irgendwie seine Finger im Spiel und irgendwelche Marionettenfäden gezogen. Im Juli 2019 belegten US-Bundesbehörden Facebook mit 5 Milliarden Dollar Strafe, weil das Unternehmen seine Nutzer getäuscht habe. Seit dem Cambridge Analytica-Skandal hat Facebook wegen Missbrauchsverdachts tausende Apps den Zugang zu seinen Daten gesperrt und den Umfang der für Entwickler zugänglichen Daten eingeschränkt. Das ist sehr sinnvoll. Wenn man das jetzt aber aus kapitaler Sicht sozusagen für das Unternehmen Meta sieht, die eben Daten als ein wertvolles Gut betrachten, was es logischerweise auch ist, wird deren Umsatz, deren Gewinn dadurch nicht wirklich steigen, eher sinken. Und da gerät eben die Aktie auch noch weiter unter Druck. Die können die Daten nicht mehr so verwenden, wie sie es eben gerne hätten, aufgrund immer strengerer Datenschutzvorschriften. In den USA ist teilweise noch ein bisschen Lachsab bei uns. Da gibt es teilweise Dinge, das kann man sich nicht vorstellen, wie da an die Daten herangegangen wird oder wie die beschafft werden. Teilweise auch bei den Zulassungsbehörden, wenn du dein Auto zulässt oder so, kann es dann auch sein, dass deine Daten dann irgendwie damit abwandern. Da gab es schon die wildesten Geschichten. Das war es auch schon jetzt soweit mit Meta bzw. Facebook. Es wird sich bestimmt, weil die eben mit ihren Daten nicht mehr so handhaben können, wie sie es gerne hätten, wird sich bestimmt auf den Aktienkurs auswirken und auf deren Bilanzen etc., was logischerweise mit beim Aktienkurs dann sich widerspiegelt. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, gib dem Video doch einen Daumen nach oben, drück unten auf Abonnieren. Wenn du auf diese Glocke noch drauf drückst, dann verpasst du kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.